Hallo, herzlich willkommen zu diesem kurzen Video von Klein Marketing Consulting und mein Name ist Thomas Klein und heute geht es mal um das Thema Entscheiderstrukturen, das ganz besonders im High-End, B2B-Segment, wenn es darum geht, Neukunden zu generieren. Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen dazu und hier mal aus meiner Praxiserfahrung das folgende. Die meisten sagen, also in Unternehmen, die Entscheiderstruktur sieht ungefähr so aus. Hier ist ein Entscheider und an den Entscheider, mit dem möchte ich natürlich sprechen, denn der entscheidet letztendlich über das Budget, über verschiedene Projekte, wann sie stattfinden werden, mit welchen Herstellern oder mit welcher Lösung er dieses Projekt dann umsetzen möchte, etc. Und dieser Entscheider, ganz normal, das wissen wir alle, hat auch verschiedene Mitarbeiter und Influencer, wahrscheinlich sogar zwei oder drei, je nach Unternehmensgröße, je nach Situation. Und man kann natürlich auch manchmal, wenn der Entscheider sehr schlecht zu erreichen ist, oder automatisch, kommt man dann einfach auch mal mit einem Influencer ins Gespräch und kann hier sozusagen auch verschiedene Informationen erlangen, was auch sinnvoll ist manchmal. Und letztendlich muss man aber immer schauen, dass man beim Entscheider sozusagen hier natürlich das entscheidende Gespräch führt, ja. Und das ist soweit eigentlich relativ simpel und klar, ja. Aber desto größer ein Unternehmen wird, das heißt, sprich im High-End-Segment, das heißt Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern, mit 5.000 Mitarbeitern, mit 10.000 Mitarbeitern, ist es nicht mehr ganz so einfach, ja. Und da sieht eine Entscheiderstruktur wohl eher so aus. Zum Beispiel, du hast hier im ENT, also im Enterprise-Segment, hast du hier einen Entscheider, ja. Und dann hast du hier, ja zum Beispiel hier einen gewissen Pain-Point. Ja. Und dieser Entscheider hat einen gewissen Pain-Point, ja. Und dann hast du aber noch einen anderen Entscheider hier. Der hat Pain-Point 1 und der hat auch Pain-Point 1, ja. Aber der hat auch noch Pain-Point 2, ja. Und dann hast du hier noch Entscheider, ja sagen wir mal, das ist Entscheider Nummer 1, das ist Entscheider Nummer 2, und dann hast du hier Entscheider Nummer 3, ja. Und die haben alle miteinander zu tun, letztendlich, über die Lösung, eine komplexe, zum Beispiel IT-Lösung, die du verkaufen möchtest, haben alle diese Entscheider sozusagen sind mit innoviert und haben mehr oder weniger gleiches Gewicht in der Entscheidungsgewalt, ja. Und dieser hier, der hat zum Beispiel Pain-Point 2, ja. Der hat aber gar nicht den Pain-Point von Entscheider Nummer 1, sondern der hat nochmal einen anderen Pain-Point, nämlich den Pain-Point Nummer 3. Und jetzt folgender Punkt. Und wenn du jetzt hier sozusagen als Vertriebsprofi, ja, in der Regel heißt es immer, spreche hier mit einem Entscheider und dann bleib bei einem Entscheider, ja. Denn ansonsten gibt es da Verwirrungen und Chaos, wenn du dich mit zu vielen Entscheidern gleichzeitig unterhältst und und so weiter und so fort. Und das ist auch folgerichtig. Aber, und hier ist folgender Punkt, wenn du zum Beispiel mit diesen einen Entscheider nicht weiterkommst oder wenn du, wenn der einen Pain-Point hat, ja, aber du mit ziemlicher Sicherheit weißt, dass es noch andere Pain-Points gibt, ja, für die aber andere Entscheider zuständig sind, dann macht es durchaus Sinn, auch mit diesem Entscheider oder und oder mit diesem Entscheider ins Gespräch zu kommen, ja. Und das ist letztendlich etwas, wo meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht wird da draußen, ja. Das ist also sozusagen ein absoluter Geheimtipp. Auch in manchen Büchern steht, ne, konzentriere dich auf einen Entscheider, ja. Und da halte ich nicht mit zu vielen gleichzeitig. Was grundsätzlich auch okay ist, wenn du hier auch zu deinem Ziel erreichst und hier weiterkommst. Wenn du aber hier nicht weiterkommst, ne. Und in größeren Unternehmen und viele Vertriebler haben das einfach nicht immer auf dem, in ihrem Bewusstsein drinnen, ja. Dass es ganz viele andere Entscheider gibt, ja. Die vielleicht nicht zu 100 Prozent mit diesem Problem hier zu tun haben, aber zu 50 Prozent, ja. Und der hat vielleicht Pain-Point 2, 3 und 1, ja. Der hat ganz viele Probleme, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem IT-Systemhaus bist, ein Vertriebler in einem IT-Systemhaus, wo eine ganz große Bandbreite hat an potenziellen Lösungswegen, ja. Dann hast du vielleicht letztendlich, wenn du dich zufällig den Entscheider hier eruierst, ja. Und dich nur auf den konzentrierst, dann hast du hier vielleicht Lösungen für dieses Problem und Lösungen für dieses Problem einfach aus und vor gelassen, ja. Und das schnappt sich dann einfach ein Mitbewerber von dir, ja. Ein Mitbewerbersystem aus, der ein bisschen, ähm, sagen wir mal, out of the box, ja. Seine Vertriebs-, äh, seine Kaltakquise, seine, ähm, Akquisestrategie hier fährt. Ja, das war soweit einfach mal so ein richtiger, ähm, wichtiger Tipp aus der Praxis zum Thema Entscheiderstrukturen, ja. Also nie vergessen, dass die Entscheiderstrukturen da draußen immer etwas, ähm, etwas mehr komplexer sind als wie nur ein Entscheider mit einem Problem, ja. Und ja, das war's für dieses Video. Freut mich, wenn du dir, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und, ähm, lass mir einen Kommentar da, wenn du willst. Und abonniere den Kanal, dann bist du auch bei den nächsten Videos wieder mit dabei. Für mich heißt es jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Bye, bye. These are the end. These are the end. They are the end. Bis zum nächsten Mal.